Willkommen im Schnäppchenkeller von Profischnapp.de Heute habe ich etwas ganz besonderes für Sie und zwar eine Original Volare von Koeuner Das Erfolgsmodell von Koeuner, welches immer noch läuft, welches seit 15 Jahren ein Erfolgsmodell ist In einem Leder Cetara Pugna, das ist ein Braunton mit einem leichten Weinrotschuss Ja, diese Garnatur wurde mal wieder auf einer Messe gezeigt, als in einer Kombination zweier Anbausofa mit Eckanbausofa Die Armhände sind hier verstellbar, mit einem Rasterbeschlag, den haben Sie auch verbessert inzwischen Und Sie haben hier eine Rückenverstellung Jetzt habe ich nicht nur die Möglichkeit die Schultern anzulehnen, sogar den Kopf und habe die großmögliche Bequemlichkeit Das Leder ist Männer und Kinder geeignet, wunderbar zu pflegen, sehr robust, ein Dickleder Sie brauchen davorstehend links 2,80 m, davorstehend rechts 2,10 m Platz, also nicht so groß Die Garnitur wird auch zierlich mit dem niedrigen Rücken, wenn man den runter macht, sehr zierlich Übrigens auch die Sitztiefe verändert sich, so dass Sie halt auch eine Launchingtiefe haben, wenn der Hochlehner kommt Also Volare von Kölner ist nach wie vor einer meiner Lieblingsmodelle Für alle, die es bequem haben wollen, die eine robuste Gruppe wollen, die sich auch mal reinlegen wollen Volare! Schnappen Sie zu! Uh, Dankeschön! Und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt! Bis zum nächsten Mal! Tch!